Herzlichen Glückwunsch für alle, die was schon mein Value-Tipps-Service-Programm, wenn man das so bezeichnen möchte, bereits nutzen und die täglichen Empfehlungen schon mitgespielt haben. Heute gibt es einmal einen ersten kleinen Zwischenbericht. Wo stehen wir und wie entwickelt sich das Ganze? Für alle, die sich fragen, was ist das? Wo gibt es das? Wo kann ich da mitschauen? Das ist eben ein neues Service, was ich jetzt eingeführt habe für den Master-Zugang in Deutschland und in Österreich, wo ich euch heraussuche am Markt Wettsituationen, die eben Wettquoten haben, die zu hoch sind. Und die schicke ich dann hier euch über diesen Weg. Wo finde ich die? Nun, im Endeffekt im Master-Zugang Deutschland und im Master-Zugang Österreich. Das heißt, du brauchst diesen Master-Zugang von der Sportsbetting Academy. Und wenn du dann zum Beispiel auf Deutschland gehst, dann findest du hier unter dem Punkt tägliche Tipps, Value-Bets und Sure-Bets, dort findest du dann in diesem Abschnitt hier dann diese Value-Wetten. Ich habe jetzt einmal schon die ersten Targets ausgewertet für dich und das möchte ich dir jetzt ein bisschen zeigen, damit du hier einfach ein bisschen up-to-date bist. Es sind hier noch ein paar Wetten offen. Die siehst du nur dann, wenn du eben den Master-Zugang hast von mir. Und jetzt kann ich zum Beispiel im Nachgang dir einmal zeigen, wie ich das auswerte und wo wir eigentlich hier finanziell stehen. Vorweg, hier wird es gezeigt, was passiert, wenn ich jede Wette nur mit 10 Euro spiele. Wir müssen jetzt ja nicht 100 spielen, nicht 1000 spielen, nicht 10.000 spielen, sondern so, dass das wirklich eigentlich jeder mitmachen könnte. Das heißt, 10 Euro jede Wette ohne absichern, durchlaufen lassen und dann abrechnen. Und da möchte ich dir ein bisschen zeigen, wie ich das mitprotokolliere. Ich habe dann hier wieder so ein Wettjournal. Hier trage ich dann ein, welche Tipps das waren. Das heißt, zuerst recherchiere ich das Ganze, veröffentliche das Ganze, kannst du dann dir anschauen, bevor natürlich die Spiele alle sind, schicke das vorab natürlich dann auch noch einmal per E-Mail, diese Information, dass es wieder neue Tipps zum Beispiel gibt. Dann trage ich das hier ein in dieses Wettjournal und hier bekommst du dann zum Beispiel auch das Ergebnis, also wie diese Spiele ausgegangen sind und noch ein paar weitere Informationen. Fangen wir mal hier oben an. Am 4.11. bzw. am 3.11. habe ich mit dieser Idee gestartet als zusätzlichen Mehrwert für meine Teilnehmer aus Deutschland. Der Grund liegt ja darin, dass ich hier nur weitgelistete Wettanbieter hier nennen darf, weil sonst würde ich mich ja weder, wenn ich jetzt einen nicht weitgelisteten Wettanbieter hier namentlich nennen würde, würden sie mir ja wieder unterstellen, dass ich Werbung für unerlaubtes Glücksspiel betreibe. Und damit wir das eben gar nicht erst haben, dieses Problem, habe ich gesagt, okay, passt, ihr kriegt ein bisschen mehr Service von mir, ein bisschen einen größeren Mehrwert noch von mir, dass ich für euch diese Wetten recherchierend heraussuche, die einen mathematischen Vorteil haben und diese Information schicke ich euch. Denn dagegen ist nichts einzuwenden, solange diese Wettanbieter, wenn ich es auf YouTube zum Beispiel auf Deutsch produziere, auf der Whitelist oben stehen. Und genau das machen wir hier. Du siehst jetzt da auch, dass ich eben das hier mitprotokolliere. Zuerst einmal, welchen Tipp es geht, welche Wettart es geht, was war der gespielte Tipp, wie war das Ergebnis. Und dann siehst du aber auch hier, seit wann ist dieser Wettanbieter, da hinten siehst du die namentliche Nennung vom Wettanbieter. Seit wann ist dieser Wettanbieter auf der Whitelist oben? Als Information, vor allem in Deutschland ist das wichtig, weil du musst dich ja zuerst informieren, bei wem darf ich denn überhaupt noch eine Wette spielen? Also hier ist die Überprüfung, seit wann ist er auf der Whitelist oben? Dann siehst du hier, wann ich bei der GGL, also bei der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, eine Abfrage durchgeführt habe. Das heißt, ich gehe dann jeden Tag auf die Seite von der GGL, schaue dort die Whitelist an, wer steht denn hier oben. Und da siehst du zum Beispiel auch den GGL-Stand. Das heißt, diese Whitelist, die wird ja in regelmäßigen Abständen dann immer wieder neu hochgeladen. Und hier zum Beispiel zum Nachweis, dass das eben hier zum 22.10. schreibe ich das mit. Wie war denn der Stand am 22.10.? Weil es könnte ja dann zum Beispiel sein, in zwei Jahren, wenn wir das Projekt jetzt zum Beispiel länger führen, könnte ja nachher sein, dass zum Beispiel der ein oder andere Buchmacher dann verschwindet, zum Beispiel. Der, was dann zum Beispiel nicht mehr auf der Whitelist oben steht, das mache ich einfach dann trotzdem den Beweis haben und die Beleg haben, eben zu diesem Zeitpunkt hat es eben diesen Buchmacher gegeben. Wenn nicht, dass ich dann das Video zum Beispiel in den zwei oder drei Jahren wieder runternehmen muss. Nur weil sich jetzt da hier zum Beispiel irgendein Wettanbieter hier nicht mehr auf der Whitelist oben steht. Das heißt, deswegen versuche ich das jetzt so transparent wie möglich dann mit euch hier zu machen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese ganzen Wettanbieter eben oben. Und du siehst dann hier auch, bei welchem Buchmacher eben diese jeweiligen Tipps gespielt wurden. Dann siehst du hier auch den Status, ob die Wette gewonnen oder verloren hat. Du siehst dann hier auch die gespielten Wettquoten. Und was halt jetzt noch dazukommt und was super wichtig ist in meinen Augen, was eigentlich sonst keiner macht oder ich noch nicht gesehen habe, ist, dass du verstehen lernst, wie wahrscheinlich ist denn jetzt, dass eine jeweilige Situation eintritt. Zum Beispiel so wie das hier oben, dass diese Situation eintritt laut dem Marktdurchschnitt liegt bei 34% Eintrittswahrscheinlichkeit. Daraus lässt sich dann eine faire Wettquote ableiten, die ist bei 2,94 und die Quote, was ich bekommen habe, ist hier 4,2. Das musst du verstehen. Ich spiele nicht eine Wette, weil ich jetzt glaube, dass das gewinnen wird oder ich die Mannschaft kenne oder die Aufstellung. Völlig egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie wahrscheinlich ist, dass diese Situation eintreten kann. Das Zweite, was mich interessiert, welche Wettquote bietet mir der Buchmacher an und hat diese Wette, wenn ich sie bespiele, einen mathematischen Value-Gehalt. Und hier haben wir halt ein paar brutal schöne Wetten gefunden, wo eben hier zum Beispiel 44% Value-Gehalt ist. Und auch hier bei der Ermittlung von diesen fairen Quoten, von den Quoten, was ich jetzt hier dargestellt habe, ist nicht, dass ich jetzt glaube, mit meiner persönlichen Meinung, dass wir so eintreten zu dem und dem Prozentsatz. Sondern nein, ich beziehe mich hier auf die Anzahl aller Wettanbieter am Markt. Das muss man sich vorstellen, dass ja dieses eine Spiel, dieses Basketballspiel hier ja nicht nur von einem Wettanbieter angeboten wird, sondern nein, das sind jetzt da meistens dann 20 bis 100 verschiedene Wettanbieter, die was das gleiche Spiel haben. Und anhand von dem kompletten Markt ermittle ich dann die Eintrittswahrscheinlichkeit. Nicht, weil ich schätze und hoffe und glaube, dass ich das ungefähr so, so könnte das ausgehen und ich brauche wieder eine persönliche Meinung, wie wahrscheinlich etwas ist. Sondern nein, ich beziehe mich hier auf die Arbeit von allen Wettanbietern am Markt und die nehme ich als Orientierung und als Referenzpunkt. Und deswegen sehen wir zum Beispiel, dass dann über den Marktdurchschnitt, wenn man den mathematischen Vorteil, also diese Marsch entfernt, die Eintrittswahrscheinlichkeit bei 34% lag und somit die faire Quote bei 294 lag. Und die Quote von eben jetzt Bet365 liegt zum Beispiel hier bei 4,2 weit über diesen Wert. Und das war eigentlich das Auswahlkriterium, warum ich diese Wette hier in dieses Portfolio mit reingenommen habe. Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir hier nicht jede Wette gewinnen können. Das ist ganz klar. Wir werden hier Varianzen erleben, wo wir auch gewinnen, wo wir auch verlieren in Serien. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und damit ich aber ein bisschen ein besseres Verständnis bekomme, wie gut ist denn jetzt meine Strategie, muss ich diesen Value-Gehalt, denn was ich in einer Quote habe, den muss ich sichtbar machen. Und das sehen wir zum Beispiel hier, das wird dann in Form von einem EV, einem Erwartungswert dargestellt. Und dieser Erwartungswert bezieht sich auf den Einsatz und den Value-Gehalt, der hier in dieser Wette-Situation vorhanden ist. In diesem Beispiel, wenn ich jetzt 10 Euro einsetze, ist mein Erwartungswert hier 4,40 Euro. Wenn ich hier 10 Euro einsetze, ist er 3,80 Euro, zum Beispiel bei 38 Prozent und so weiter. Das heißt, ich suche mir halt dann Situationen heraus, wo eben dieser mathematische Vorteil groß genug ist. Dann kann ich das hier so darstellen lassen. Jetzt haben wir hier diesen Erwartungswert. Der ist jetzt natürlich jetzt nicht chronologisch, weil es fehlen hier ein paar Wetten dazwischen. Das siehst du hier, da sind ein paar ausgeblendet. So zwischen 17 und 20, da sind noch ein paar Wetten versteckt. Hier zwischen 23 und 26 sind ein paar Wetten versteckt. Das ist dann alles Wetten, die was eben all jene Teilnehmer sehen, die den Master-Zugang schon haben. Also was du noch nicht hast und du möchtest das sehen, dann hol den bitte, diesen Master-Zugang. Und dann siehst du zum Beispiel hier, dass ich eben jede Wette hier darstelle mit nur 10 Euro Gesamteinsatz. Und hier hinten siehst du dann die Realität. Das heißt, wie ist meine sogenannte auflaufende Summe. Das heißt, die erste Wette zum Beispiel haben wir gewonnen. Da haben wir dann eine Quote gehabt von 4,20. Da sind wir zum Beispiel 32 Euro im Plus gewesen. Mein Erwartungswert bis zu diesem Zeitpunkt liegt bei 4,40 Euro. Das musst du jetzt verstehen lernen, dass ich jetzt da ja auch Verluste haben werde. Das ist alles, was über diesem EV ist. Das werden wir uns dann gleich grafisch anschauen. Hier performe ich über. Das heißt, ich habe zu viel ausbezahlt bekommen bis jetzt. Und es wird halt dann irgendwann dann wieder eine Korrektur nach unten geben, wo ich dann ganz gelassen darauf schaue und sage, okay, alles okay. Ich bin hier immer noch entweder ganz weit über diesen Erwartungswert. Und das kann man zum Beispiel dann bildlich darstellen. Das ist halt dann immer ganz, ganz wichtig, damit man eben an einer Strategie auch dranbleiben kann. Das heißt, die meisten haben ja das Problem, dass sie jetzt da mit so einer Strategie anfangen. Wenn es zum Beispiel das Ganze nach unten geht, hören sie auf. Oder wenn das zum Beispiel so ein Höhenflug kommt, sind sie zu sehr von sich eingenommen. Und erhöhen vielleicht noch die Einsätze und dann kommt die Korrektur. Und deswegen brauche ich diesen Wert, diesen EV-Wert, damit ich eben hier eine gewisse Klarheit habe. Und das schaut dann grafisch so aus. Siehst du diese blaue Linie, das ist unser sogenannter Erwartungswert. Das ist anhand von der Auswahl an Werten, die ich bis jetzt gespielt habe, sollte ich mathematisch hier stehen. Und das Rote, das ist jetzt die Realität, wo ich derzeit finanziell stehe. Und diese rote Linie, die unterliegt natürlich ganz enormen Schwankungen. Und das werden wir dann mit der Zeit dann auch wahrnehmen und sehen, wenn du eben hier zum Beispiel regelmäßig das dann von mir anschaust. Und ja, ich versuche hier jeden Tag euch idealerweise zumindest 10 solcher Situationen am Markt herauszusuchen. Und die bekommt ihr dann bei mir im geschlossenen Mitgliederbereich für alle, die was den Masterzugang haben für Deutschland oder den Masterzugang haben für Österreich. Ja, soviel einmal zu diesem Service. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Freut mich natürlich schon riesig, wenn eben der ein oder andere von Anfang an schon dabei ist. und hier schon diesen schönen Profit mit nach Hause genommen hat. Wir werden schauen, wo die Reise hingeht. Das heißt, die Mission ist halt, dass ich euch jeden Tag diese Information gebe. Und da kommen dann halt auch im Monat gute 300 solcher Wetten zustande, die hier im Schnitt dann wahrscheinlich entstehen. Und da kann man dann schon einiges machen übers Jahr gesehen. Und ja, schauen wir mal. Wir machen das mit 10 Euro, wie gesagt. Und wenn dich das Thema interessiert und du diese Wetten dann nachspielen möchtest, dann hol dir meinen Zugang. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Wetten. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Vielen Dank.